Und an dieser Stelle freue ich mich total, einen Besuch aus Polen vorzustellen. Mehr kommt aus Polen, aus Katowice, wo die Klimakonferenz war. Und heute ist extra angereist, um hier dabei zu sein. Das ist großartig. Bitte einen riesen Applaus für Meg. Guten Morgen. Ich bin Meg und ich bin aus Polen. Und das ist alles, was ich sagen kann in Deutschland. Ich bin sorry. So, wie Sie wissen, ich bin aus Polen. Ich wohne in Katowice, wo es COP24 war. Und wie Sie wissen, Polen lief Polen, insbesondere die Silesien Regie, wo es Tradition und Kultur ist. Und ich habe ein wenigstens Hoffnung für eine Veränderung, aber COP kam. Und Leute haben angefangen, zu verstehen und zu denken über die Klimakonferenz. Für die vielen Menschen, die sehr jung sind und vielleicht noch nicht alles verstanden haben, Meg kommt aus Polen, aus Katowice. Und die Polen lieben Kohle. Vielleicht sogar noch mehr als die Deutschen, obwohl das fast unmöglich ist anscheinend. Und Meg hat fast die Hoffnung verloren, weil so viel Kohle passiert ist. Kohle abgebaut wurde in die Religion. Aber sie hat die Hoffnung wiedergefunden. Ich wollte etwas machen. Ich wollte, wie das in Polen funktioniert. Also habe ich mit meinen Freunden angeführt. Und Meg hat eine polnische Klimabewegung angeführt mit ihren Freunden zusammen. Ich finde, dafür könnten wir noch mal einen riesen Applaus für die polnischen Klimastreitung. Wir sind nicht so groß wie Sie sind. Wir werden. 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 Aber ich habe viele Leute, die gesagt haben, dass es unmöglich oder fast unmöglich ist, dass es etwas zu ändern ist. Und ich bin hier, hier. Und ich bin noch sehr schockiert, dass ich sogar hier bin. Und ich bin hier hier. Und... Wow. In vielen Sachen sollte Deutschland kein Vorbild sein, aber für die Klimawägung in Polen sind wir tatsächlich ein kleines Vorbild. Ich habe eine Menge gesagt. Beide ich mir machen. Es war mir... Es war es mir nicht so großartig. Ich dachte, aber was kann mich stoppen? Wenn ich nicht gegen die Wahl oder peaceful bin, wenn ich mich nicht gegen die Falle bin, dann ist es das nur, was mich stoppen ist, ist das einfach nicht möglich. Es war mir nicht so großartig. Und dann ist das einfach nicht ganz wichtig. Ich sah, dass ich mich verändert habe. Ich habe mich verändert, wie ich sprach, und wie ich alles gemacht habe. Also, wenn wir die Welt ändern wollen, sollten wir mit uns beginnen. Und wir müssen glauben, dass wir etwas tun können. Und dann ist alles möglich. Das Einzige, was uns davon aufhalten kann, Veränderungen anzustoßen, sind wir selbst. Und wenn wir es wirklich wollen, dann ist jeder Wandel möglich, sagt Mac. Und zwischen allen Menschen, die uns nicht glauben, werden wir immer jemanden, der denkt wie du denkst. Und der will glauben in dich. Also, steig mit ihnen und unite. Es gibt so viele Menschen in der Welt, die heute aufhalten. Und so viele Menschen, die warten für die Möglichkeit, um etwas zu machen. So, mein message ist, dass wir uns zusammenhängen. Und alles ist möglich. Wir können die Systeme ändern. Wir können die Welt besser machen. Wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir wandeln, schließen, dann ist alles möglich. Dann können wir die Welt ändern, dann können wir das System ändern. Und dann hält uns nichts mehr auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Viele Leute denken, dass Geld ihnen happiness gibt. Und das ist eigentlich das Gleiche. Die Natur uns die uns das Glück gibt. Die Natur uns alles. Und alles, was wir brauchen, ist in der Natur. So, actually, the money makes us forget who we are. And when we forget who we are and that we come from nature, we lose contact with ourselves. Let's show all the politicians that money is not everything and that we are humans that come from nature. Let's change the world, but let's change it together. We show the politics that nothing works without nature. And we show the politics that we change the world and that together. Thank you. Thank you very much.